Das ist jetzt das Sensima Makadi Beach hier. Hier ist die Poolanlage und samstags ist hier direkt an der Poolanlage hier hinten mehrere Stände aufgebaut, wo es verschiedene Sachen zu essen gibt. Hamburger, Steaks, verschiedenes vom Grill und alles hier in den kleinen Tütchen zubereitet und die Gäste kriegen es dann auch serviert. Und hier geht es dann weiter zum Spa.